herzlich willkommen zu einer neuen folge opa spielt minecraft ich wünsche euch viel spaß so das war der erste teil der heutigen aufnahme der zweite teil da muss ich immer runter der zweite teil ist die brücke die neue da muss ich mir erst mal die alte angucken also da sind wir dann habe ich die forsten habe ich rechts daneben gesetzt genau dann haben wir hier erbaut renoviert okay diese brücke hat jetzt kein besonderer namen die geht von oben bis unten im sandstein oder müssen wir uns mal angucken hier wo kann ich denn das am besten sehen natürlich von unserem schwimmbad aus oder von hier geht geht nicht okay es geht nicht ganz bis unten so wir haben dann also 12 33 drunter haben wir damit sandstein und da ganz unten drei drunter damit sandstein ist immer 123 hochgegangen am dritten war mal mit close ton haben wir die brücke habe ich denn da noch close tun denn wir müssen ein paar mehr kloster und dinger bauen hier als ja und dann mache ich die bahn genau auch dann drei drunter sowie hier das mit ist dass das ähnlich ausschaut wir machen aber nur ein forsten oder ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht aber ich muss erstmal so muster forsten dahin setzen und das gucke ich mir dann mal an wie das ausschaut so damals sind erst mal die bahn ausreden lassen ja heute aber übrigens den 21 mai 2017 es ist 23 uhr und 33 minuten besser als 33 uhr und 23 nur da brauche ich also eine kiste sand sandstein habe ich das ist gut also ein fuhr das land sandstein haben wir noch wo habe ich den jetzt ja für die brücke und dann brauchen wir geländer das habe ich ja zum glück wahrscheinlich genug richtig das machen wir denn nachher drauf so dann haben wir wie gesagt den sandstein da brauche ich koppel koppel genug koppel koppel oben dass wir gehen bis drei runter gehen wir mit koppel und dann kommt der sandstein als brücke da drüber rüste das natürlich wieder eine falsche kiste genommen so hoch starnte nehmen wir ruhig mal zwei fast zwei sticks mit und dann hatte ich noch los tun wie wick los und haben wir denn noch das ist die frage der ließt mir vielleicht wir müssen in den etat mit dem leder habe ist ja jetzt so also bei hexebert bin ich ja da gestorben bevor mir das spiel also die die aufzeichnung der speicher gecrasht ist auf der insel ja das sagt ich noch nichts mit dem liter die folge noch nicht draußen ist aber dann müssen wir halt mal kurzfristig hier diese leuchtkürbisse man nehmen das wird dann aber als das ist der kompass das wird dann aber als los sonn gemacht oder ich mache es zunächst mal ganz ohne lampe nur mit fackeln das ist ja dann auch okay macht ja auch hell noch so wo ist jetzt ja hier wo war jetzt der ausgang da müssen wir bei onkel toms hütte raus glaube ich schon wieder verkehrt kriege ich das noch mal hin also auf anhieb meine ich jetzt ja prima ach was sind wir heute wieder für trollo sie mit diesen weichen so ich muss ja nicht hier umstellen sondern bei der nächsten jetzt der ton weg das heißt doch wohl nicht dass der server gleich da weg ist oder mein internet so aber meine schritte höre ich noch okay dann gehen wir jetzt mal auf die brücke da hoch die war dahin ich gucke mal gerade ob jetzt mein internet noch alles problem behandlung okay alles klar dann liegt vielleicht irgendwie an der verbindung oder was oder am server oder wo auch immer dran keine ahnung so dann machen wir das immer weg hier in der mitte kommt dann also hier werden wir dann jetzt die erde da ist die erde hier mache ich also dann meine mein brückenpfosten hin dann mache ich mir mal so zwei hilfskonstruktion auf der anderen seite brauche ich das nicht die frage ist natürlich ob es der das ding noch schafft 86 könnte knapp werden sehen wir dann ja wieviel brauchen wir denn hier also wir müssen uns ja dann runter ist ja echt super ja wir den sand haben nicht den sandstein so dann wo sind wir denn ein stück zu können die schaufel also noch 86 mal betätigen das ist schon ziemlich hoch hier nach aber da sind wir schon also das sollte reichen genau dann werde ich mich jetzt mal hier unterbauen sonne ist noch genug so jetzt kommen also die koppel dinge an brücke ist ne ich muss ja doch zweimal darauf weil das hier jetzt so weit weg ist voneinander also da waren wir hin ich kann er oder kriege ich das da hin bis dahin hin die breit ist die brücke 4 234 ich müsste dann hier so hinter 123 also hier hin kann ich da aufsetzen gucken mit der schiff taste geht das es geht ok ist gefährlich aber es geht ich muss natürlich dann eben ging es doch noch ok es geht wenn man ein bisschen aufpasst ich tue mal mein bett hier raus wenn ich es dabei habe und da ist es und dann legen wir uns hier mal hin wo ist meine uhr ach so ich habe gar keine mit nach das war nur in dem anderen das ist davon wenn man mehrere projekte parallel aufnimmt hier hey das ist halt hier der nachteil das war die heutige folge von opa spielt minecraft ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder tschüss und dabei euer norbert vom kanal opa spielt ja 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 ja